Hallo und willkommen zum 15. Türchen vom Minecraft Adventskalender 2022. Wir spielen die nächste Map. Ich habe wieder den Namen vergessen. Klick zu Continue. Wir gehen rein. Oh. Und es sind wieder andere Texturen. Ich weiß nicht warum, mein Text-Repack hat sich nicht geändert. Also es sollte eigentlich... Ja, es ist noch so. Credits einmal hier. Important Settings. Credits habe ich. Und Gameplay-Information. There is no vining or losing in this map. Just build a snowfall and destroy it. In Build Mode you can build a fort. Drop the hammer to install... Okay, okay, okay. Ja. Okay. Also, wir bauen hier erstmal was. Oh. Ah, okay. So baut man das. Build Mode, save, load, reset, test. Okay, Build Mode. Ist glaube ich noch aktiviert. Dann bauen wir uns mal hier so eine Base auf. Und, äh... Ja, mal gucken. Also, wir sollen das einfach nur zerstören. Es gibt keinen... Also, man kann hier nicht verlieren, anscheinend. Mal gucken, wie lange das Türchen dauert. Ähm. Kann man hier hochspringen? Ja, okay. Okay, wir bauen uns einfach mal hier so eine kleine Burg auf. Ich will jetzt auch nicht eine zu große Map haben. Jetzt stecke ich hier gerade hin fest. Ich muss immer in den Gamma 3 gehen. Das ist so ein bisschen schade, dass das Türchen, äh, das man hier halt feststecken kann. Und dann halt nicht mehr rauskommt. Oh. So. Und hier kann man... Ah, stuck. Ah, okay. Gut, man kann sich auch hier wieder, äh, rausbauen. Also, safe. Äh, load, reset, test. Okay, also jetzt müssen wir es zerstören. TNT. Okay. Okay. Man kann ja nicht fliegen. Fireball. Ja, gut. Das ist irgendwie... Ein bisschen laut. Das ist irgendwie, äh, schon ganz geil. Nur fehlt mir bei dem Türchen, ehrlich gesagt, ein bisschen was. Also, man kann es ja an der Base aufbauen, aber... Nur dieses einfache Zerstören... Weiß ich jetzt nicht, äh, wie spannend es sein kann. Also, einfach nur auf Schnee schießen. Jetzt muss ich mal ausprobieren. Was ist denn, wenn alles weg ist? Ihr könnt, wie gesagt, das sage ich in jedem Türchen, die Map auch selber spielen. Hier der Map, hier das Türchen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt ist nichts passiert. Bomb, oh. Explosives, war... Das muss ich jetzt nochmal ausprobieren. Simulation, maul. Äh, nee. Moment, Monsters. Oh. Oh. Ah, man kann ja auch gegen... Monster kämpfen. Aber die spawnen auch hier in der Base. Also, ich weiß jetzt nicht, warum. Das wäre geil, wenn die dann angreifen würden. Und die sind auch ziemlich okay. Wie kann ich jetzt hier bauen? Ah, die Schneemänner verteidigen uns. Okay, das ist ja mal geil. Ähm, Meteors. Oh. Okay. Monsters. Die Schneemänner kämpfen gegen die Skelette. Das Blöde ist halt... Ich explodiere ja auch, wenn ich hier dran schlage. Aber an sich, das Türchen finde ich ganz geil. Ich kann da jetzt nicht eigentlich so viel mehr dran rumprobieren, weil einfach nur eine Base und gegen Zombies kämpfen. Also, das ist eine geile Idee, aber irgendwie fehlt mir ein bisschen was. Ja, äh, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen bei dem nächsten Türchen. Mal gucken, was das ist. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.